Wir verlosen dreimal 1000 Euro für den Trailbau. Diese Jungs und Mädels haben sich auch beworben. Was ihr Projekt ist und was sie mit den 1000 Euro machen wollen, erfahrt ihr genau in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel von der Bikeschule RockMyTrail. Und ihr kennt vielleicht schon das ein oder andere Fahrtechnik-Video von uns. Wir sind eine große Bikeschule in Deutschland. Wir bieten Fahrtechnik-Kurse eigentlich überall an. Für jedes Level und auch Bike-Reisen. Und für uns ist ein Motto immer ganz zentral und das heißt Spend more time on Trails. Aber um da mehr Zeit zu verbringen, dafür braucht es natürlich Trails. Und wie wir alle wissen, die entstehen nicht einfach so. Die wachsen nicht wie Pilze im Wald. Sondern dafür braucht es fleißige Trailbilder, fleißige Trailbilderinnen, die sagen, ich investiere meine Zeit, ich investiere meine Arbeitskraft in Trailbau, um einfach für mich selber, aber auch für die Bike-Community Trails zu bauen. Und wir haben gesagt, wir möchten dieses Jahr einen Teil unserer Einnahmen gern spenden. Letztes Jahr haben wir damit 10.000 Bäume gepflanzt und dieses Jahr gibt es dreimal 1000 Euro zu bieten. Wir haben Finalisten ausgewählt, die Trailbau-Projekte in Deutschland vorantreiben und gerne diese 1000 Euro gewinnen wollen. Und eins davon stellen wir euch heute vor. Bevor ich jetzt da lang weiterrede, würde ich sagen, gebe ich das Zepter an euch. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Hey Leute! Was gedacht? Alles frisch. Wir sind Lian, Mika, Eddy, Julian, Marlon, Mayla, Tessa, Lasse, Nele, Max, Nico, Allah, Louis, Mayla, Andrea und Neo. Wir sind die Fresh Mountainbiker, Dirtweiler und BMXer vom Radsportverein. Weil in Schönbuch! Cool, Mensch, da merkt man schon, ihr habt Leidenschaft für den Trailbau und genau das ist das, was uns so begeistert. Jetzt erzählt uns doch gerne mal ein bisschen mehr über euer Projekt. Was treibt ihr gerade voran? Was wollt ihr gerne umsetzen mit eurem Verein? Wir wollen hier in seinem Schönbuch eine Mountainballstrecke in den Wald und einen Dirtfach auf der Wiese errichtet. Dafür haben wir im letzten Jahr einen echten Marathon hinter uns gebracht. Wir waren beim Bürgermeister, dreimal im Gemeinderat und haben uns mit dem Landratsamt, Jägern, Förster, Anwohnern und Naturschutz abgestimmt. Das Ergebnis, wir dürfen jetzt auf der Wiese einen Dirtpaket, ehrenamtlich, in Handarbeit und Eigenleistung, so richtig buddeln und shapen. Cool, okay, und jetzt natürlich noch ganz wichtig die Frage, was würdet ihr machen, wenn ihr genau diese 1000 Euro gewinnt? Zur Veranschaulichung und Vorbereitung unserer Dirtstrecke haben wir schon mal ein Modell gebaut. Wir haben jetzt Opas alte Schaufeln klargemacht und sogar unsere Sparschweinegeschlacht, da das leider nicht ganz reichen wird. Für all die Erde, Werkzeuge, Baumaschinen und die Pippen brauchen wir keine Unterstützung. Also Kreuzle machen, stimme für uns ab, wir freuen uns im nächsten Sommer hier bei uns im Wald. Auf dem neuen Dirt, ein paar Hunde mit dir zu drehen. Wir sehen uns. Bis dahin. Frohe Weihnachten. So Leute, das war jetzt tatsächlich eins von den Finalisten-Videos, die gerne 1000 Euro für den Trailbau gewinnen wollen. Für mich ein super spannendes Projekt, cool zu sehen, dass Leute in Deutschland sowas vorantreiben. Und wenn ihr sagt, hey, genau das Projekt, das möchtet ihr auch unterstützen, dann denkt dran, wie ihr das machen könnt. Was könnt ihr also tun? Schaut euch das Video an, teilt es mit euren Freunden, schreibt vielleicht auch mal kurz in die Kommentare, ob ihr das Projekt schon kennt, ob ihr das gerne auch unterstützen wollt. Wie ihr es unterstützen könnt, haben wir euch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Wenn ihr sagt, die anderen Finalisten-Videos würden euch auch noch interessieren, dann könnt ihr hier oben gerne klicken. Wenn ihr sagt, ihr möchtet euch fahrtechnisch weiterbilden, dann geht es hier unten zu unseren Fahrtechnik-Videos. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch ein bisschen Trails bauen. Ganz wichtig, abonniert den Kanal, bringt unser Projekt Rock My Trail voran. Bis bald im Wald. Wir sehen uns beim Trailbau. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.